Was geht? Herzlich willkommen bei uns bei den Snooze-Lovers. Wir präsentieren euch heute die 5 Dinge, die ihr beim ersten Mal Snooze falsch machen könnt. Richtig, wir klären heute wieder auf. Das liegt uns sehr am Herzen, weil wir da einfach lange Jahre schon Erfahrung haben und ich denke, vielleicht ihr einfach ein bisschen was mit auf den Weg geben könnt. Genau, ihr kommt immer auf uns zu und natürlich erfahren wir immer, was euch beim ersten Mal vielleicht was schiefgegangen ist, was hätten wir besser machen können. Und jeder will natürlich den Einstieg, was Pouches angeht, ob Snooze oder Nikotin-Pouches, sich nicht gleich versauen am Anfang. Deshalb haben wir euch die 5 wichtigsten Punkte, die ihr vielleicht beachten könnt am Anfang, um auf Nummer sicher zu gehen. Genau, also das ist wirklich unsere Empfehlung. Das ist kein Gesetz, aber wir schwören da drauf. Und die erste Regel ist eigentlich, dass man einfach sagt, nimm dir Zeit und tu dich mit dem Produkt auf jeden Fall auseinandersetzen. Das heißt, schau, wie viel Nikotin hat das Gerät, nenne ich schon, das Produkt und sei da auf jeden Fall lieber ein bisschen an der untere Grenze. Was würdest du empfehlen, Nico? Es kommt immer ganz darauf an, seid ihr schon Raucher gewesen, das ist natürlich der Optimalfall. Das sagen wir mal als ungeschriebene Regel Nummer 1. Wenn ihr noch keinen Kontakt mit Nikotin hattet, lasst es ganz sein. Perfekt. Wenn ihr als Raucher auf die Pouches umsteigt, fangt niedrig an, auch wenn es vielleicht zu niedrig ist im Anfang, aber ihr könnt euch immer noch steigern. Genau. Schlechter, mehr zu hoch anfangen. Richtig. Also auf jeden Fall da euch so ein Limit setzen und nicht zu viel Nikotin in der Pouch zu haben. Genau. So sieht es aus. So eine zweite Regel, wo du dir wirklich echt dein erstes Nusskonsum richtig verkacken kannst, ist das Setting, beziehungsweise wir machen da auch mal mit rein schlecht, vielleicht zu wenig gegessen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Zu wenig gegessen kann richtig schief gehen. Ich denke, jeder kennt es, der vom Raucher jetzt zu den Pouches runterwechselt. Ja. Eine Zigarette auf leeren Magen, das kann schon ganz, ganz arg verhörend sein. Genau so ist es bei der Pouch, da kann es fast noch ein bisschen heftiger sein. Ja. Deshalb gegessen habe ich am besten, wirklich ein Wohlfühl-Umfeld zu schaffen. Sagst du immer, Lars? Also das Schlimmste ist wirklich, ja, das habe ich schon viele Leute gesehen, im Bus zum Beispiel, in geschlossene Räume, wo du nicht ausbrechen kannst, sag ich mal. Wo viele Gesichter nach dir gucken oder im, ja, ich weiß, machen viele, aber das würde ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen, im Klassenzimmer oder sonst was, niemals. Also lieber im Freien, wo du auch das Ding einfach komplett nehmen kannst und rausschmeißen kannst, weil da geht es schon zum nächsten Punkt. So sieht es nämlich aus. Wir machen es schon weiter. Und zwar geht es weiter mit der Wirkung der Pouch. Wenn ihr eine Pouch nehmt, ihr seid es noch gar nicht gewohnt. Lasst es mal auf euch wirken. Es gibt Pouches, die haben einen schnellen Release. Es gibt Pouches, die haben einen langsameren Release. Wenn ihr jetzt einen erwischt, wo sich der Release einfach ein bisschen später abspielt und ihr seid vielleicht, kommt auf die Idee schon eine zweite, euch unter die Lippe zu hauen. Wartet mal ab, was passiert und das ganz locker angehen. Weil wie gesagt, die Dinger können ganz schön reinhauen. Das ist einfach so. Und da kommt wieder quasi die erste Regel wieder mit ins Spiel. Macht euch wirklich Gedanken, welches Produkt ihr da nehmt, welches ihr konsumiert. Nicht irgendwie irgendwas nehmen, sondern wirklich, ja, das ist wichtig einfach. Und auch ein bisschen vorinformieren einfach. Hört euch mal um, schaut vielleicht unsere Videos an. Schaut, welche sind zu stark, welche können zu schwach sein. Manchmal kann man auch nicht wirklich nach der Nikotinangabe gehen. Manche sind stärker, wie es draufsteht. Und da einfach so ein bisschen nach Erfahrungswerten suchen. Und dann könnt ihr da auch wenig falsch machen. Genau. Also das ist ja immer unser Wunsch an die Hersteller, dass die vielleicht auch ein bisschen was oben auf die Dose drauf machen. Mal deklarieren einfach, wann ist denn der Nikotin-Release, der Kick am stärksten. Haben wir leider gar nicht. Also da müsst ihr wirklich auf Empfehlungen gehen, beziehungsweise vielleicht ein paar Videos, wie du schon sagst, von uns. Weil da kann man es ganz gut rausfiltern und kristallisieren. Genau so ist es. Wir kommen zum Punkt 4. Auch ein wichtiges Thema. Absolut. Ich denke, was den meisten so in die Quere kommen wird, beim ersten Mal Pouches ausprobieren. Viele wird es dabei erwischen. Ihr seid auf einer Feier, auf einer Party oder auf einem Fest und bekommt von einem Bekannten eine Pouch das erste Mal angeboten. Also alle, die wir aus dem Bekanntenkreis kennen, ist das eigentlich mal passiert. Genau. Und da spielt halt noch andere Sachen eine Rolle. Genau. Also wenn du jetzt wirklich schon gut in die Party, nenne ich es jetzt mal, gestartet bist und da schon diverse Kaltgetränke gezündet genommen hast, alkoholische, dann würde ich sagen, dann warte ab oder lass es und mach wirklich nur die Pouch. Also nur Nikotin. Weil Alkohol und Nikotin, da hast du zwei Kracher, die wirklich nicht gekreuzt werden sollten oder gemischt werden sollten. Nicht für Unerfahrenen auf jeden Fall. Ja. Wir haben ein super Beispiel, ein guter Kumpel von uns an Silvester morgens um 4 zur Party gekommen, war natürlich gut dabei und hat natürlich gedacht, er muss als erste Pouch in Siberia ausprobieren. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, wie es demjenigen gegangen ist. Und da, das ist einfach das beste Beispiel dafür. Einfach mal am Anfang die Finger davon lassen. So sieht es aus. Genau. Oh, jetzt muss ich gucken, das ist schon ganz. Ah ja, das ist eigentlich für mich die wichtigste Regel. Wenn du keinen Bock hast, du hast es am Anfang ja schon gesagt, ich habe 18 Nikotin, wenn du eh kein, ja, wenn du das gar nicht brauchst und alle deine Kumpels snoozen, dann lass es, dann sag einfach, Jungs, ich habe auch ohne Nikotin oder ohne Snooze, mir fehlt da nichts, lass es auf jeden Fall weg. Ja. Und nur wenn du wirklich sagst, ich würde es gerne mal probieren, ich finde es okay, einfach mal testen, dann ja, aber nichts dir irgendwie ausschwätzen lassen. Gruppenzwang. Ja. Ja, und selbst wenn ein Kumpel kommt, auf, mach einen Doppeldecker. Lass euch da wirklich nichts ausschwätzen, das kann schief gehen und versaut es euch da nicht damit. Das ist so ein gutes Alternativprodukt zum Rauchen. Richtig. Es wäre Blödsinn, wenn ihr euch das mit so einem Quatsch verstärzen würdet. Absolut. Und es geht vielleicht auch an die, die täglich konsumieren und snooze lieber, auch hier seine Buddies oder auf einer Party, bitte da nicht irgendwie in der Ruin treiben damit und sagen, ja, das ist ein Schwacher, kannst du ruhig nehmen. Also wirklich, ich finde, das ist so eine Community-Sache und Buddy-Sache. Dann führe die nicht in Versuchung. Richtig. Nee, also ich glaube, ihr wisst, auf was ich da hinaus soll oder wir. Ja, das sind so unsere fünf Tipps, ja, Points an euch, wo man da einfach sagen kann, wenn die alle beachtest, ist der erste Snuskonsum nicht mehr so gefährlich. Nicht mehr so gefährlich. So, das ist jetzt gut. Das ist jetzt gut gesagt. Genau. Vielleicht haben wir irgendwelche Punkte vergessen. Wie immer, gerne in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns, natürlich. Wir lesen natürlich auch alles. Wir antworten nicht auf alles. Wir probieren es. Aber schreibt uns rein, uns interessiert es riesig. Das zweite, ich gucke nämlich hoch, das zweite Video mit unseren neuen Mikrofonen. Ihr könnt euch oder uns da gerne mal ein Feedback da lassen, ob das jetzt gut eingestellt ist, was ihr davon sagt. Uns wird es freuen. Das ist schon die kurze Angelegenheit. Wenn ihr schreibt, das ist nicht gut, dann wird sich trotzdem nichts wegkriegen. Mehr Budget ist nicht mehr in das Nussland aus der Kasse. Nee, ich denke, das ist tibi-top. Wenn ich jetzt die Kamera auch noch gut eingestellt habe. Und am besten könnt ihr es zeigen, wenn euch den Ton gefallen hat, wenn ihr einen Daumen da lasst für das Video. So macht das. Ganz wichtig. Wenn du kein Video verpassen willst in Zukunft von uns zwei, dann die Glocke adoptieren. So sieht es nämlich aus. Wir sind raus. Macht's gut. Musikowski. Ciao. Ciao, ciao.